Glück auf Schalke! Hat der S04 einen Abnehmer für Henning Matriciani gefunden und der S04 legt Einspruch ein gegen die Bestrafung für Ron Scheinberg? All das in dem Video. Schreib deine Meinung gerne mal unten in die Kommentare und abonniere natürlich auch gerne den Kanal, um auch keine News mehr zu verpassen. Hat der S04 einen Abnehmer für Henning Matriciani gefunden? Matriciani gilt ja als einer der Spieler, die einfach keine Zukunft mehr beim S04 haben. Wir wissen, dass sich sowas durchaus ändern kann, denn Tobi Mohr soll jetzt im Verein bleiben. Auch der Kicker berichtet mittlerweile davon, dass der S04 mittlerweile mit Tobi Mohr weiter plant. Anders sieht das bei Henning aus. Der hat auch bis jetzt noch keine Sekunde gespielt und auch in der Vorbereitung war das jetzt nicht so wie bei einem Tobi Mohr zum Beispiel, der ja durchaus Einsatzzeit bekommen hat. Nun wissen wir, der war gestern beim Spiel von Waldhof Mannheim gegen Viktoria Köln im Stadion und wie man so zumindest die Rhein-Neckar-Zeitung hört aus Spielerberaterkreisen, ist eben genau Waldhof Mannheim an einer Verpflichtung wohl von Henning Matriciani interessiert. Kurzes Gedankennummer, dritte Liga spielt der Waldhof und ich persönlich würde es mir total wünschen. Was man nicht vergessen darf, Henning Matriciani, das ist mir erst bei der Recherche nochmal klar geworden, der hat mittlerweile 63 Spiele für uns gemacht. Davon 37 in Liga 2 und nochmal 23 in der 1. Liga, zusätzlich eben nochmal 3 im DFB-Pokal. Also dass das so viele waren, das kam mir überhaupt nicht in den Sinn. 63, das Einzige, was ich total schade finde, was ich mir echt gewünscht hätte in dieser Karriere ist, dass er ein Tor am besten natürlich in der Fälschens-Arena für uns macht. Hat er ja momentan einfach noch einen Vertrag bis 2026 bei uns und dementsprechend auch noch einen etwas längeren Vertrag. Sind wir uns glaube ich alle einig, das war immer schon eine etwas weirde Nummer. Man hatte zwischenzeitlich insbesondere so um die 1. Liga rum, wo er dann durchaus die ein oder andere gute Aktion hatte. Das Gefühl, hey, vielleicht kann das ja wirklich irgendwie funktionieren. War das immer schon so eine etwas komische Sache. Also keine Ahnung, ich hatte immer so ein bisschen Bauchschmerzen. Bauchschmerzen, ich fand natürlich irgendwie dieses Gekulte relativ cool. Nun muss man aber ehrlicherweise sagen, entspricht er eben nicht dem Leistungsniveau, was sich der S04 hinten sowohl in den Außenverteidigerpositionen, aber auch in der Innenverteidigung wünscht. Nun kann es wohl so sein, dass er in die 3. Liga wechselt, zum Waldhof, zur Waldhof Mannheim. Ich würde es ihm total gönnen und ganz ehrlich, der ist menschlich so cool. Der ist so sympathisch, so korrekt. Ich wünsche ihm ganz viel Erfolg. Ich glaube, die 3. Liga würde deutlich mehr nochmal zu ihm passen, auch wenn die natürlich nochmal etwas körperlicher ist. Ich glaube, er kann das schaffen und ich würde es mir total wünschen. Für ihn gut, für uns gut, für alle gut. Also, Henning Matriciani, hoffentlich geht das durch. Ich halte euch hier natürlich auf dem Laufenden. Der S04 hat Einspruch gegen die Sperre von Ron Schallenbeck eingelegt. Und hier wollen wir gleich nochmal genauer darüber reden, weil da ist die ein oder andere Frage aufgekommen. Was bedeutet das denn jetzt und was wird jetzt passieren? Wir gehen aber erstmal kurz die Aussage vom S04 durch, die ich euch einmal vorlesen möchte. Der S04 wird gegen die Sperre von Ron Schallenbeck Einspruch einlegen. Sowohl die DFB-Chiris als auch der Schiedsrichter selbst haben den offensichtlichen Fehler öffentlich eingeräumt. Die doppelte Bestrafung, Platzverweis und Sperre für ein Spiel ist nach Ansicht des S04 nicht angemessen. Der Verein sieht über diesen Einzelfall hinaus eine grundsätzliche Problematik in dieser Doppelbestrafung, wenn eine offensichtliche Fehlentscheidung vorliegt. Ich glaube, da brauchen wir auch gar nicht darüber diskutieren. Das ist nun mal einfach so. Aber das ist ja ein viel grundlegenderes Problem. Weil warum darf der bei einer glattroten Karte eingreifen, der VAR? Bei einer gelbroten Karte nicht. Das macht keinen Sinn. Es ist die gleiche Bestrafung am Ende des Tages. Da muss man eigentlich auch nochmal drüber reden. Und hier, was bedeutet das Ganze? Ganz wichtig, was bedeutet das Ganze nicht? Man möchte hier nicht gegen die Wertung des Spiels vorgehen. Das habe ich gelesen. Das ist aber Schwachsinn, Leute. Das ist unlogisch. Das macht man nicht. Und das wird hier auch gar nicht angestrebt. Das Spiel ist gelaufen. Wir haben 3 zu 1 verloren. Und wir haben ja auch nicht nur wegen dieser gelbroten Karte verloren. Ganz wichtig. Das ist irrelevant. Worum es hier allen Leuten geht vom S04? Dass man nicht möchte, dass Ron Schallenberg für etwas jetzt noch nachträglich noch länger bestraft wird. Mit einem Spielsperre mal mindestens. Sehr wahrscheinlich dann 1. Für etwas, was überhaupt nichts war. Denn ich glaube, wir sind uns alle einig. Das war keine gelbrote Karte. Ja, das erste war gelb. Das ist okay. Das kannst du wohl nach neuer Regel auslegen auch so geben. Und das muss man dann auch machen, wenn man sagt, es soll nur noch der Kapitän mit dem Schiedsrichter reden. Das ist dann für mich auch vollkommen okay. Aber im Duell Jander gegen Ron Schallenberg, ganz ehrlich, gibt da keinem was. Lass das Spiel einfach mit einem Foul oder sowas weitergehen. Oder lass es einfach direkt weitergehen. Wobei die Leute lagen auf dem Boden. Und dann ist das gut. Du hast das Spiel halt so komplett unnötig beeinflusst. Und ja, Schalke hat dann in der zweiten Halbzeit auch nicht gut verteidigt. Das muss man auch so sehen. Das ist einfach so. Aber der S04 möchte eben versuchen, die Sperre, die auf das Magdeburg-Spiel dann hinauslaufen würde, wo man dann eben ohne Ron Schallenberg spielen würde. Das versucht man nun eben zu stoppen, beziehungsweise dagegen Einspruch einzulegen. Und damit eventuell dann zu versuchen, dass diese Sperre annulliert wird. Das Ding ist, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Das wird relativ selten gemacht, dass sowas annulliert wird, weil man dann sagt, ja, Tatsachenentscheidung. Und man beruht sich dann eben genau wieder da drauf. Es ist aber auch schon passiert. Das wäre jetzt keine Neuheit, dass sowas mal passiert ist. Sondern das gab es schon mal. Ich erinnere mich da ganz, ganz beispielhaft noch an diese Sperre für den Petersen-Vars von Freiburg. Und tatsächlich auch auf Schalke, als der damals in den Rücken die Karte gezeigt bekommen hat, obwohl er das wohl nicht gewusst hat, dass er eben die rote Karte bekommen hat, musste runter, durfte im nächsten Spiel aber auch wieder spielen. Klar, ist jetzt eine andere Situation. Und wie gesagt, die Chancen stehen auch durchaus gering. Aber man muss nun mal alle Mittel irgendwie versuchen zu gehen, dass das Ganze vielleicht doch noch irgendwo annulliert wird. Und außerdem ist es alleine ehrlicherweise auch als Zeichen eine durchaus wichtige Sache. Ich hatte ja, und das finde ich auch nur fair, wenn man das nochmal erwähnt, in der Analyse, in dem Nachbericht, in dem Rückblick noch erwähnt, dass der Schießrichter sich eben nicht mehr zu der Sache geäußert hat bei Sky. Nun hat er sich nochmal geäußert, warum auch immer es dann die Bild sein muss. Aber nun gut, ich möchte das hier nochmal mit euch zitieren. Ich habe die Bilder nach dem Spiel natürlich auch gesehen. Und ganz klar, ich würde nicht noch einmal so entscheiden und Schallenberg-Gelb-Rot zeigen. Auch wenn es nichts mehr hilft, ich verstehe den Ärger der Schalker, die sich alle nach Abpfiff uns gegenüber übrigens absolut sportlich fair verhalten haben. Absolut. Ich hatte auf dem Platz überhaupt keine Zweifel an meiner Entscheidung, war von ihr überzeugt. Selbst Schalke-Trainer Karel Gerz kam in der Halbzeit zu mir und sagte, sein erster Eindruck sei gelb-rot gewesen. Nun gut, im ersten Eindruck kann man das vom Weiten vielleicht auch so sehen. Das Ding ist ja, erstens, ich bin überhaupt niemand, der jetzt krass noch nachtragend ist. Also neben dem, das ist halt auch, Entschuldigung, aber es ist halt ein menschlicher Fehler, der einfach passieren kann. Bin ich spätestens jetzt an dem Punkt zu sagen, das war kacke, das war mies und wir müssen die Regeln anpassen. Aber das kann dir halt einfach passieren. Du hast einen Fehler schon gemacht, ich habe schon einen Fehler gemacht. Wir haben im Zweifelsfall einfach nur das Glück, dass uns nicht 50.000 plus x Zuschauer am Fernsehgerät zuschauen und dass das Ganze halt einfach etwas medienöffentlicher ist. Und dementsprechend, wenn ihr frustriert seid deswegen, wenn ihr sauer seid deswegen, absolut vollkommen okay, nur lasst es nicht an der Person aus. Die hat einen Fehler gemacht, die hat sich jetzt im Nachhinein dafür entschuldigt. Jeder hat eingestanden, dass das Mist war. Und ganz ehrlich, das hat niemand absichtlich gemacht. Ganz im Ernst, seien wir uns auch mal realistisch, also du liest da so die ein oder andere Verschwörung von wegen so, der hat einen Typikuschein, klar ist auch viel Joke oder sowas. Aber trotzdem, manche meinen es ja wirklich ernst. Es ist ein menschlicher Fehler, er hat sich entschuldigt und damit muss die Sache abgehakt werden. Das Einzige, was man jetzt noch versuchen sollte, wie man es jetzt macht, ist eben die Sperre für Ron Schallenberg versuchen abzuwälzen, dass es keine gibt. Die Aussichten darauf sind aber eher gering. Deswegen, ich halte euch hier auf dem Laufenden und dann sehen wir uns natürlich so hoffentlich beim nächsten Video.